Hallo und herzlich willkommen zum Audio-Rezept für Forelle in Rieslingsauce. Forelle in Rieslingsauce, Letzeburg-Äsch, Frel am Riesling, ist ein Rezept der Luxemburger Küche. Für drei bis vier Personen werden folgende Zutaten benötigt. Sechs Forellen, frisch oder TK. Zwei Schalotten. 300 ml Riesling. 250 ml Sahne. 50 g Butter. Salz, Pfeffer. Folgende Utensilien werden benötigt. Messer, Schneidebrett, Auflaufform, Aluminiumfolie. Zubereitung. Vorbereitung. Die Forellen waschen und küchenfertig vorbereiten. Die Schalotten pellen und fein hacken. Den Ofen auf 180 Grad Celsius vorheizen. Fertigstellung. Eine feuerfeste Form mit Butter einfetten und den Boden mit den Schalotten bestreuen. Den Fisch in die Form legen und vorsichtig die obere Seite salzen. Den Wein angießen und mit Wasser auffüllen, bis die Forellen vollständig bedeckt sind. Mit Alufolie abdecken und auf der Kochplatte kurz erhitzen. Dabei darf die Flüssigkeit aber auf keinen Fall aufkochen. Den Fisch im vorgeheizten Ofen 10 bis 15 Minuten kochen. Die Forellen herausnehmen, auf einen Teller geben und die Haut abziehen. Den Sud im Ofen oder auf der Kochplatte einkochen lassen. Die Sahne angießen und nochmals einkochen, bis die Soße sämig ist. Die Forellen auf einer Platte anrichten und die Soße darüber gießen. Als Garnitur machen sich Petersilienzweige und Zitronenviertel sehr hübsch. Als Beilagen eignen sich Salzkartoffeln Diese Varianten gibt es. Die Soße lässt sich verfeinern, indem Fischfond anstelle des Wassers verwendet wird. Außerdem kann die Soße mit Eigelb gebunden werden, wobei zu beachten ist, dass sie nicht mehr aufkocht. Es können auch frische Kräuter wie Schnittlauch, Estragon oder Kerbel untergerührt werden. Viel Spaß bei der Zubereitung und guten Appetit!